Es war generell besonders, weil es das erste Bundesliga-Tor von mir war. Dass das in so kurzer Zeit zustande gekommen ist, ist natürlich einfach eine geile Sache. Und dass es uns dann auch noch einen Punkt beschert hat, freut mich umso mehr. Hat er mir direkt eine Nachricht geschrieben, war auch einer der ersten. Hühnerbrust kam nur, weil ich das Traum der Brust gemacht habe. Wir tauschen uns immer aus und ich habe mich natürlich einfach gefreut. Keine einfache Sache, aber ich bin mir sicher, dass er wieder zurückkommt. Mehr kann ich dazu jetzt auch nicht sagen. Bis zum nächsten Mal.